Halloween steht vor der Tür. Passend dazu gibt es bei MyFreeZoo eine tolle Halloween-Aktion. Du kannst jetzt deinen Zoo in ein echtes Gruselkabinett verwandeln, mit allem was dazu gehört. Mit Halloween-Terrain, Grabsteinen, Kürbissen, Untoten, Sensenmännern, Spinnen und Kürbiskutschen kannst du deinen Zoobesuchern Gänsehaut verpassen. Aber diese besonderen Deko-Gegenstände schauen nicht nur gruselig aus. Indem du deinen Zoo schauerlich dekorierst, kannst du Candy erspielen, die du am Ende der Aktion gegen tolle Gewinne eintauscht. Das Grusel-WC, ein Goldbooster, männliche Fledermaus, Candy-Stand und weibliche Fledermaus warten auf dich. Wenn du beide Fledermäuse erspielt hast, kannst du Fledermäuse züchten. Die Aktion läuft noch bis zum 29. Oktober. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Aktion, ein gruseliges Halloween und bis zum nächsten Mal. Es gibt noch weitere Videos zu MyFreeZoo. Drücke den linken Knopf. Um das Spiel kostenlos zu spielen, klicke auf den mittleren Knopf. Um kein Video mehr zu verpassen, drücke den rechten Knopf.